3, 2, 1, Ex-Vegan, David Banana, tatsächlich, Leute, ihr werdet es nicht glauben, es ist tatsächlich passiert. Ex-Vegan, David Banana, das ist kein Clickbait. Hier kommt meine Reaktion auf David Banana, früher die absolute High-Carb-Vegane-Legende gewesen, genau wie Vegan Power Girl zum Beispiel damals. Ich habe zu ihm aufgeblickt und sowas. Und jetzt hat er Veganismus aufgegeben und hat dazu ein Video gemacht. Absolut heftig, aber man muss auch ehrlich gesagt sagen, auch wenn ich es bei dem niemals gedacht hätte, hätte ich ihm niemals zugetraut, hat man bei dem doch schon die letzten Jahre gesehen, so ein Abwärtstrend, dass er ein bisschen gebröckelt ist, vor allem, als damals dieses Video von ihm rauskam gegen mich. Da habe ich es auch zum ersten Mal geschrieben, da hatte ich schon das erste Mal diesen Gedanken, als er Pia Kraftfutter verteidigt hat. Also wir haben hier eine nicht-vegane Person und eine vegane Person, der hat die nicht-vegane Person verteidigt, gegen die vegane Person. Und ich habe damals schon unter das Video geschrieben, wer nicht-veganer verteidigt, der ist selbst kein Veganer. Und wer mir nicht geglaubt hat, tada, hier habt ihr dann den Beweis dafür. Und ich werde hier, ich werde nicht auf alle Aussagen von ihm durchgehen. Ich habe mir fünf Stellen hier rausgeschrieben aus dem Video. Hier die erste Stelle fängt hier an, die wir durchgehen werden. Was ich nicht wusste, was mich auch mega überrascht, ist, dass, also als erstes, ich hätte niemals von David Banana gedacht, dass der Veganismus aufgeben könnte. Ich hätte niemals gedacht, dass der, also der ist einer der solidesten Veganer, dachte ich früher, die es gibt. Und dann kam halt dieses Video mit Pia Kraftfutter und da hat es dann gebröckelt. Aber, ne, dass er trotzdem den Veganismus wirklich aufgibt, das hätte ich niemals gedacht. Sehr interessant ist, was ich auch nicht wusste, ist, in diesem Video kann man sehen, dass er sich mit zwei Themen überhaupt nicht auskennt. Das ist einmal NTT, kennt er wahrscheinlich überhaupt nicht. Und einmal Logik, der, also der, das ist ganz genau das Problem an Leuten, die nicht in Schwarz und Weiß sind, die tatsächlich irgendwelche Graubereiche haben. Normalerweise jeder Mensch sieht die allermeisten Sachen, vor allem diese Sachen, von denen wir sprechen, immer in Schwarz und Weiß, ne, zum Beispiel, du bist gegen Vergewaltigung, du bist gegen das Morden, du kennst da keine Ausnahmen oder sowas, ne. Du bist nicht für Rape-Free-Monday oder Racist-Free-Monday oder sowas, ne, aber für Meat-Free-Monday, ne, Hashtag Nico Rittenau. Ja, von daher, ne, diese Inkonsistenz, dieses Nicht-Schwarz-und-Weiß-Szenen, das gibt es komischerweise bei den Menschen, nur wenn es um Tiere geht, ne. Also die sind so unwichtig, dass es da einen Graubereich gibt, ne. Also dafür gibt es beim Debattieren einen Fachbegriff, ihr werdet hier wahrscheinlich mehrere Fachbegriffe aus der Logik und aus der Rhetorik von mir hören, ne. Also dieses Weichwaschen, dieses Verschwimmenlassen, dafür ist Pia Kraftfutter, die hat einen Vortrag gehalten, du bist nicht, was du isst, heißt der Vortrag. Und da hat die halt erzählt, dass man das verwaschen soll, Veganer und Omnis, ne, dass wir uns alle die Hände reichen sollen und hat sich so angehört, als würde man, als sollte man Veganismus abschaffen, diesen Begriff, ne, sondern jeder kann essen, was er will, jeder kann machen, was er will und, ne, wir sollten uns, wir sollten niemanden verurteilen und sowas, ne. Sieht man auch, dass sie, diese Inkonsistenz sieht man auch nur im Bereich Tiere, im menschlichen Kontext, ne, siehst das auf einmal nicht mehr so, ne. Das nennt man halt logische Inkonsistenz. Und David Banana zeigt ja in dem Video, dass er sich mit Logik überhaupt nicht auskennt, ne. Eine Inkonsistenz zieht sich vom Anfang bis Ende des Videos unter, ja, sehr interessant, aber auch sehr traurig. Übrigens hat er da dasselbe Mikrofon, was ich habe. Hat er vielleicht mal ein Empfehlungsvideo geguckt und gekauft. Na, top Mikrofon, ne, das ist das hier. Aber auf jeden Fall, ähm, absolut heftige Geschichte. David Banana nicht mehr vegan, pff, wer hätte das gedacht? Unglaublich, also, aber mittlerweile, also nach diesem Video ist auch, ne, dass sogar der, äh, Veganismus wegschmeißt, äh, sich aber selber Veganer nennt, ne. Das muss man sich mal reinziehen. Der nennt sich Veganer, äh, dazu werde ich ganz am Ende nochmal was sagen. Und ich würde sagen, äh, das war das Vorwort und wir fangen einfach an. Ich habe mir ein paar Sachen herausgesucht und damit, äh, hat sich, ist das Kapitel David Banana dann auch abgeschlossen. Ich habe ihn damals ja übelst gefeiert. Ich habe Reaction-Videos auf den gemacht, ne, ihn empfohlen überall und so. Aber danach, als das mit Pierre Kraftfutter rauskam, ne, habe ich mich distanziert, komplett von ihm. Und dann kam hier der Beweis, ne, warum ich damals schon diese Vorahnung hatte und geschrieben habe, dass nur ein Nicht-Veganer einen Nicht-Veganer verteidigen würde. Ähm, das Gleiche gilt zum Beispiel für Nico Rittenau. Der hatte die Auswahl zwischen, äh, einem Veganer, einem echten, richtigen, waschechten Veganer und einem, äh, Whey-Protein-Verkäufer, ne, also Tier-Schänderei bis zum geht nicht mehr, hat sein ganzes Leben auf Tier-Schänderei aufgebaut. Und was hat er Nico Rittenau gemacht? Er hat sich für den Tier-Schänder entschieden, äh, der Whey-Protein an, äh, Kiddies und Fitnessleute verkauft, ne, und damit, äh, sich, äh, eine goldene Nase verdient, ne. Und Nico Rittenau hatte sich damals entschieden, äh, den Omni zu verteidigen, ne, und hat danach ein zweites Video gemacht, wo der R mich verteidigt hat, ne, weil ihm wahrscheinlich, äh, aufgefallen ist, dass er wirklich da den Whey-Protein-Verkäufer Nummer 1 zu sehr in Schutz genommen hat, ne, musst du dich mal fragen bei solchen Sachen, auf welche Seite du dich stellst, ne, wen du dort verteidigst, ne, aber, oh well. Fangen wir einfach mal an hier, ähm, die erste Aussage von David Banana, let's go. ... ihren Essstörungen, äh, heraus begleitet. Und ich habe, und das sage ich jetzt an der Stelle auch mal, Menschen mehr als einmal geraten, sich nicht vegan zu ernähren, weil es für solche Leute manchmal einfach nicht das Richtige ist. Ja, äh, also, als ich das gehört habe, ich konnte meine, meinen Ohren nicht glauben, ne, absolut, absolut desaströse Aussage, also schon allein mit der Aussage natürlich, ist ja kein Veganer, ne, und natürlich auch für Leute, die so lang vegan waren, obwohl er nicht vegan war, weil man ganz offensichtlich nach diesem Video sieht, dass er das mit Moral und Ethik überhaupt nicht verstanden hat, also, er hat, so leid es mir tut, aber das muss man bei jedem Ex-Veganer sagen, äh, das Einzige, was er gemacht hat, die ganzen Jahre lang, äh, wenn es um Wissenschaft geht, war alles korrekt, ne, aber alles andere, was er gesagt hat, ne, dass ihm die Tiere leidtun, dass er es aus der, aus seiner Moral macht und sowas, das ist nichts anderes als Lip-Service, ne, der hat einfach nur Lip-Service geleistet, nichts anderes, ne, also, äh, Virtual Signaling hat er geleistet. Ne, ja, gut dastehen und so tun, ne, tugendhaft und ich weiß, was Moral ist und ich halte mich daran und sowas, aber guckt euch das Video mal an, ihr die erste, äh, knallharte Aussage, bitte nochmal, äh, möchte ich mir das anhören. ...viele Menschen durch und aus ihren Essstörungen heraus begleitet und ich habe, und das sage ich jetzt an der Stelle auch mal, Menschen mehr als einmal geraten, sich nicht vegan zu ernähren, weil es für solche Leute manchmal einfach nicht das Richtige ist. Ja, und da kann man da, diese Aussage kann man eine logische Überprüfung machen, ob er, äh, das auch in einem anderen Kontext so sieht, ne, also, ob er logisch konsistent ist und da müsste man den David Banana dann fragen, äh, würdest du das auch sagen, wenn man, äh, die Tiere in der Massentierhaltung mit, äh, Hunden und Katzen ersetzt, ne, also, bist du für das Haustieressen bei Essstörungen, wenn das der Essstörung hilft, ne, und vielleicht würde er da konsistent sein und dann sagen, ja, ich bin dafür, ne, also, ist der David Banana pro Haustiere essen, ne, also, pro Haustiere farmen, mit Farmen meine ich in Existenz bringen, ausbeuten, schänden und ermorden, ne, das definiere ich als Farmen, das, was man mit den Tieren macht, und da müsste man ihn fragen, ob er das dann auch so sagen würde und wenn er dort konsistent bleibt und sagt, ja, das dürfte man auch mit Haustieren machen, äh, dann wäre die nächste logische Ausweitung, darf man das mit Menschen machen, bist du dafür, dass, äh, die Tiere in den, äh, Schlachthäusern, äh, in der Massentierhaltung vor allem, ne, ne, darum geht's ja, daher kommen 99% aller Tierprodukte, äh, wenn man die Tiere mit Menschen ersetzt, ne, ne, würdest du dann auch diese Aussage hier treffen, die du dort triffst, ja, äh, Menschen, die essgestört sind, denen empfehle ich, äh, Menschen zu essen, ne, Menschen, die gefarmt werden, also dafür müssen Menschen ermordet werden, ne, um sie zu farmen und, äh, ob du da die Position dann auch halten würdest, ne, ich gebe da, ähm, eigentlich, obwohl bei dir bin ich nicht mehr sicher, aber 99% Garantie, dass du sagen würdest, nein, natürlich, das würde ich garantiert niemandem empfehlen, jawohl, ne, logisch, inkonsistent, deswegen, äh, vielleicht, äh, vielleicht sich mal mit NTT beschäftigen und dann kannst du mal versuchen, den Unterschied zu nennen, warum man, äh, Tiere essen darf bei einer Essstörung, aber keine Menschen oder warum du empfiehlst, äh, Tiere zu essen bei einer Essstörung, aber nicht empfiehlst, Menschen zu essen bei einer Essstörung, also muss es ja einen Eigenschaftsunterschied geben, den möchte ich mal von dir hören, den Eigenschaftsunterschied. Okay, also, ne, 1 zu 1 Omniaussagen, ne, komplette logische Inkonsistenz, aber, ähm, das passiert ganz genau, wenn man das betreibt, was er betreibt, was Nic Rüthnau betreibt, was Bia Kraftfutter betreibt, das nennt man Mudding the Waters, ne, oder Mudding the Waters, äh, dieses Verwischen, dieses, es gibt ein Graubereich, ne, dieses, dieses, es ist nicht ganz klar, ne, da, in diesem Kontext darf man das, da gibt es, äh, zum Beispiel bei Nic Rüthnau jetzt, es gibt, äh, äh, der macht auch, ja, der betreibt ja auch Mudding the Waters, indem er sagt, äh, zum Beispiel, äh, bei Veganismus kann man, äh, ist er für Softaktivismus, okay, aber im menschlichen Kontext ist er garantiert nicht für Softaktivismus, also, wenn du, äh, in dem Schlachthaus Menschen hättest, die durch einen Fleischwolf gedreht, äh, würden, äh, werden, dann würdest du nicht sagen, oh, ich bin dafür, dass man Rezepte verteilt, um die Menschen dort rauszuholen, nicht dafür, dass man mit einem Megafon davorsteht und sagt, äh, wir holen die Menschen da raus mit Missgabeln und mit Plakaten und halt Hardcore-Aktivist ist, ne, also, ne, schon wieder logische Inkonsistenz, also, ne, es gibt Grauzone bei Tier, also, man kann Softaktivismus machen bei, äh, Tieren, aber nicht bei Menschen, ne, cool, dann nenn mal den Eigenschaftsunterschieden, wir überprüfen mal dein Argument auf logische Konsistenz, und dann wirst du ganz genau, das ist der Grund, warum ich von Anfang an schon immer ein Schwarz-Weiß-Denker war, weil es, äh, logisch inkonsistent ist, keiner zu sein, ne, diese logische Inkonsistenz hat, hat man aber auch nur, wenn es um Thema Veganismus geht, äh, Menschen denken immer in Schwarz und Weiß, wenn es um Vergewaltigung geht, wenn es um Kinderschänderei geht, wenn es um Mörder geht, da gibt es nur Schwarz und Weiß für alle, aber im Tierkontext auf einmal nicht, ja, sehr interessant, ne, woran liegt das, ne, das kannst du halt mit Logik beweisen, also, Schlussfolgerungslehre ist, dass das einfach nur eine inkonsistente Aussage ist, ne, also, es gibt einen Widerspruch in deiner Moral, ja, okay, aber das war die erste Aussage, ne, äh, die zweite haben wir dann 17.10, äh, die nächste abenteuerliche Aussage hören wir da mal rein. Wenn es in der Klinik Tierprodukte gibt, dann isst du die auch, ja, erst dann, wenn du die Angst zunimmst, der neben dir auf die Waage sich stellt, das brauchst du, und ich habe mehr als einmal Menschen geraten, wenn es in der Klinik Tierprodukte gibt, dann isst du die auch, ja. Und da haben wir das nächste Anti-Vegan-Kommentar, äh, der empfiehlt Leuten Tierprodukte zu essen, wenn die in Therapie sind, ähm, tja, schon wieder, ne, logische Ausweitung, darf man Hunde und Katzen essen, äh, wenn die dort serviert werden, gegen eine Essstörung, die Leute aus der Essstörung zu holen, ja, okay, dann bist du ein Haustierfarmer und, äh, darf man das mit Menschen machen, ne, darf man dann abgetrennte, abgehackte, zerstückelte Menschenteile, äh, essen gegen die Essstörung, ne, ähm, kannst du dir mal auch angucken, ob es da vielleicht ein, äh, Net-Negative gibt, ne, also, wenn die Menschen mehr als einen Menschen gegessen haben, da haben die schon mehr Leid verursacht, als wenn die sich selbst umbringen würden, also, äh, würde man eher sagen, man ist dagegen, Menschen zu farmen, ja, aber du bist nicht dagegen, äh, Tiere zu farmen, um die, äh, um Menschen aus der Essstörung zu holen, cool, äh, name the trade, äh, äh, übrigens hier, dieses Video blende ich ein, weil ich hier das Niko Rittenau gegen seinen Soft-Aktivismus gefragt habe, auf das natürlich nie eine Antwort kam, äh, wie der Soft-Aktivismus, äh, ähm, vertritt, äh, im Tierkontext, aber nicht im Menschenkontext, ne, oder, oder natürlich, klar, kann er sein, ist, sagt, dass er dafür ist, äh, für Soft-Aktivismus im menschlichen Kontext, cool, das wäre dann so eine derbskranke Aussage, aber wie auch immer, also, ja, ne, die nächste knallharte, hammerharte, widersprüchliche Anti-Logik-Aussage, aber okay, also, kann ich wirklich nicht glauben, was der hier erzählt, absolut unfassbar, aber es wird noch besser, man, das Beste kommt zum Schluss, das Beste, Leute, kommt zum Schluss, äh, und dann hier nochmal? Am Anfang nicht, aber dann irgendwann schon relativ, äh, früh wieder, im täglichen Leben verurteile ich Menschen nicht für ihre Entscheidungen, ich beurteile Menschen, Das ist natürlich, ne, komplette, logische Inkonsistenz, mein Gott, diese, ich verurteile Menschen nicht, ne, dass, dass ein Mensch sagt, ich, du verurteilst mich gerade, während du das Video guckst, du verurteilst Menschen in jeder Sekunde, in der du denen zuhörst, verurteilst du, steckst du die in irgendwelche Schubladen, ne, aber das kann nur jemand sagen, der ehrlich ist, ne, zu sagen, ich verurteile Menschen nicht, verurteilst du Kinderschänder, kannst du mir das mal sagen, verurteilst du die, verurteilst du Hitler, verurteilst du, ne, es ist, wirklich, ja, also, bitte jeder, der sagt, ich verurteile Menschen nicht, ich, äh, oder wie Pia Kraft, der, ich verurteile, ich stecke Menschen nicht in den Schubladen, bitte einmal in eine Debatte antreten und dann werden wir das mal auf Logik überprüfen, ob du wirklich diese Position hältst. Verteidige die Position, ich verurteile keine Menschen. Nicht danach, ob sie jetzt sich vegan ernähren oder nicht. Ah, die nächste logische inkonsistente Aussage, du verurteilst Menschen nicht, nachdem, ob sie vegan essen oder nicht, okay, äh, verurteilst du Menschen, die Hunde und Katzen essen, ja oder nein? Verurteilst du Menschen, die Menschen essen, also Menschen farmen, ne, ich rede nicht von irgendwelchen, ja, auch Kannibalen oder sowas, ne, aber ich, äh, wir reden davon, wir müssen das so logisch ausweiten, dass wir die Tiere mit Menschen ersetzen, ne, und dann prüfen auf Konsistenz, ob du diese Leute dann verurteilst, die, äh, Menschen Burger kaufen, ne, für die Menschen ermordet werden müssen gegen ihren Willen, ne, also das Gleiche, was mit Tieren passiert, ne, Menschen werden durch einen Fleischwolf gedreht, ne, diese Menschen verurteilst du nicht, stimmt's? Alles klar, na, also, der absolute Knallhammermann, äh, David Banana 2022, let's go. Dass da Menschen einfach andere Menschen verurteilen, da wird jeder direkt zum schlechten Menschen, äh, äh, degradiert, der, der Fleisch isst. Hm, da schon wieder, wieder das genaue selbe Prinzip, ist jemand ein schlechter Mensch, der, ja, also schon wieder, hier auch Paradebeispiel, bitte irgendjemand, der diese Position vertritt, die er gerade gesagt hat, ne, äh, dass, dass man kein schlechter Mensch ist, wenn man, wenn man Fleisch isst und wir reden hier von Absicht, also mit Absicht Schlechtes, weil der weiß ja, was diese Menschen machen, ne, und er spricht wahrscheinlich nicht mit irgendeiner alten Oma, die 85 ist, die gar nicht weiß, dass, äh, ein Stück Fleisch ein totes Tier ist, ne, weil die noch nie darüber nachgedacht hat, aber der verurteilt Menschen, du verurteilst Menschen nicht, äh, wenn die Fleisch essen, ne, bitte in einer Debatte mal versuchen, diese Position zu verteidigen und natürlich kann man da die logische Ausweitung wieder machen, verurteilst du Menschen, die, äh, Katzenfleisch essen, ne, du gehst irgendwo hin zu einem Freund und, äh, gehst in seine Küche und der kocht eine Katze, verurteilst du ihn dafür, ne, aber wenn du jetzt sagst, nein, kann man nichts mehr für dich machen und weiter auch wenn du sagst, ja, ich verurteile ihn dafür, ne, dann bist du logisch inkonsistent, in einem Fall verurteilst du, in dem anderen Fall nicht, übrigens ist das kein Vergleich, ne, das ist so ein Omni-Ding, haben, müssen wir uns jeden Tag auf Discord anhören, Leute, Menschen wissen nicht, was ein Vergleich ist, ne, ein Vergleich, man sollte sich mal fragen, warum, äh, das Wort Vergleich, äh, gleich vorkommt, das Wort gleich, ne, weil du bei einem Vergleich die Relater gleichsetzt, ne, was du, äh, bei NTT nicht machst, du vergleichst nicht, du sagst, Tiere töten ist falsch, Menschen töten ist falsch, ne, du vergleichst das nicht, auch wenn ich jetzt, ne, mit Haustieren ankomme oder mit Menschen essen oder sowas, das ist ja kein Vergleich, ne, weil ich setze die Relater nicht gleich, ne, ich werte zwischen den Positionen, nicht, so ist das einfach zu erklären, also bitte, ne, erspart euch dieses, ne, ne, irgendwas sind das für Vergleiche, ne, du weißt nicht, was ein Vergleich ist, das ist der Punkt, das sind alles keine Vergleiche, das sind logische Ausweitungen, ich benutze deine Logik in einem anderen Kontext, um sie auf Gültigkeit zu prüfen, okay, das nur mal nebenbei, aber, ne, wenn du sagst, man ist kein schlechter Mensch, wenn man, äh, mit Absicht Fleisch isst, ne, dann ist man auch kein schlechter Mensch, wenn man mit Absicht Menschen isst, ne, ein Oberschenkel von einer Frau mal in eine Pfanne haut, ne, das würdest du dann auch nicht als schlecht bezeichnen, ne, als schlechten Menschen, siehst du, ne, wieder diese Inkonsistenz, dieses Unredlichsein, ja, Unredlichkeit, Lügen, Virtue Signaling und alles, was er hier macht, ist nichts anderes als Lip Service. Und dann kommen wir zum allerbesten Part hier, ähm, den er hier gebracht hat, wo dann endgültig komplett, 100%, also ist jetzt schon für jeden Menschen, der weiß, was Veganismus ist, ähm, weiß natürlich, dass er kein Veganer mehr ist, aber dann kommt der absolute Knallhammer, dann zieht euch das mal rein, Leute. Situation. David Banana 2022. Und zwar war das Erste, da habe ich eigentlich keine Ausnahme gemacht, weil das, was ich dann da tatsächlich gegessen habe, war vegan. Und das spielt keine Rolle, also, ne, das spielt eine Rolle, was für eine Einstellung, die du im Kopf hast, zum Beispiel, äh, wenn dort Fleisch ist, dann esse ich Fleisch, ne, also bist du ein Omni und David Banana ist ein Omni, ne, also der ist nicht mal Vegetarier, was irrelevant ist, ne, es gibt nur, äh, entweder bist du für Tierschändung und isst Tierprodukte oder du bist nicht dafür. Aber zieht euch das mal rein. Äh, ich habe mich im Ende letzten Jahres, das habe ich auch erzählt, oder im Herbst hier einer buddhistischen Gruppe angeschlossen und da gibt es, äh, jeden Freitag früh immer ein, ein Ritual mit Meditation und dann, äh, Frühstückszeremonie und bei dieser Frühstückszeremonie wird traditionell so ein Reisbrei, das ist einfach bloß Reis mit Gemüse, ja, das ist Reis mit Gemüse und, äh, mit Wasser gekocht, äh, gereicht und als ich da zum ersten Mal hingegangen bin, wusste ich nicht, was ich da zu essen bekomme. Das ist relevant. Ich wusste nur, es gibt ein Frühstück und man macht das gemeinsam und man hält diese Zeremonie gemeinsam ab und bevor ich da hingekommen bin, habe ich für mich entschieden, ich gehe da nicht her und, äh, frage was drin ist, ich mache da einfach das, was alle anderen machen. Ja, das hat er gerade wirklich gesagt. Ich, äh, lege für den Moment einfach mal diesen Ismus aus meinem Kopf ab und. Ja, der, äh, hat einfach mal Veganismus abgelegt. Ne, man kann Veganismus ablegen, Leute. Wenn ihr einfach mal keine Lust habt auf Veganismus, dann legst du Veganismus ab. Mach mal eine Pause von einem Monat. Ne, also du bist vegan, bezeichnest dich vegan, feierst dich als Veganer, hast überall vegan stehen, ne, da bezeichnest dich wirklich als Veganer, das absolut desaströst ist. Bitte, David Banana, nimm das Wort vegan da raus, ne, das, das kannst du nicht wirklich ernst meinen. Und, äh, du kannst Veganismus also ablegen, ne, für eine bestimmte Zeit. Äh, ja, okay, ich sag gleich noch was dazu, aber, ne, ist schon, also, und damit ist natürlich alles gesagt, ne, also die würden dort Steaks servieren und da würde diese Steaks mitessen, ne, da, weil der Veganismus den Ismus abgelegt hat. Ne, man kann, der hat seine Moral abgelegt, du kannst deine Moral ablegen, Leute. Ne, David Banana 2022. Nehm das mal von meinem Ego weg, auch so ein bisschen als Übung, ähm, und, und, lass mich da einfach mal, geh da mit in die Gruppendynamik, weil ich, ne. Ja, und auch schon wieder hier logische Inkonsistenz nochmal, ja, der hat gerade eben gesagt, ich mache dort das, was alle anderen machen, ne, das waren genau seine Worte und auch schon wieder logische Inkonsistenz, ne. Nehm irgendwas da rein, was die Schlechtes machen, das mit den Tieren zum Beispiel, aber vergessen wir das mal, äh, irgendwas, denkt euch einfach irgendeine Straftat aus, die, die dort machen würden, ne, zum Beispiel einen Menschen opfern dort, das würde er dann nicht mitmachen, also machst du doch nicht das, äh, mit, was die dort machen, ne, und da jetzt am besten sagen, ne, die machen dort ja nichts Ungesetzliches, am besten noch sagen, ne, und, äh, den Grundgesetz davor schieben, ne, als würde es Moral nicht geben, ne, und du setzt, äh, ähm, den Grund, ähm, Gesetz davor, das wird übrigens das nächste Logik-Video, ich habe ein ganzes Video darüber gemacht, äh, darüber, warum Menschen mit Gesetz ankommen, was das bedeutet, und auf jeden Fall, äh, äh, ja, abenteuerliche Aussage, aber, ne, dass er wirklich gesagt hat, äh, dass, äh, er für den Zeitpunkt Veganismus abgelegt hat, es ist, äh, nämlich nicht derjenige sein möchte, der neu in so eine Gruppe reinkommt und dann da irgendwie die Abläufe stört, äh, er will, er würde Tierprodukte essen, weil er die Abläufe nicht stören will, David Banana 2022, es ist nicht zu fassen, Mann, das wirklich, ne, da, da platzt mir der Arsch, ne, das ist wirklich, das haut dem fast den Boden aus, ich kann nicht glauben, was mit dem passiert ist, insane, insanity. Und dann halt eben genau das macht, was man meiner Meinung im Sinn eigentlich nicht machen sollte, nämlich darauf bestehen, dass die Dinge so laufen, wie man möchte, dass sie laufen. Da habe ich mir halt gesagt, schon wieder eine logische, komplette Inkonsistenz, ne, nimm einfach da irgendwas Kriminelles mit rein. Du machst einfach das, was alle machen. Du machst das, was alle machen. Irgendwie kommen mir diese Einstellung sehr, sehr bekannt vor. Kennt ihr Menschen, die so eine Einstellung fahren? Und ich sag lieber nicht wer. Und ich habe mir damals im Kopf auch gesagt, wenn das so sein wird, dass diese Gruppe jeden Freitag frühstückt und es immer das gleiche Essen sein wird und da ist ein Tierprodukt drin, solange es kein Fleisch ist, werde ich das mit 99 prozentiger Wahrscheinlichkeit auch immer mitmachen. Solange es kein Fleisch ist, also, okay, interessant, aber spielt ja keine Rolle, ne, also. Da weiß er ganz genau, der sagt sogar hier in dem Video natürlich, dass es keinen Unterschied spielt, ne, wenn da Tierprodukte drin sind, ne, dann wurden Tiere dafür geschändet und ermordet. Es hat sich dann hinterher herausgestellt, die Suppe ist 100% vegan. Ich habe, also, da... Ja, das spielt ja keine Rolle, ne, also, dass die Rolle spielt, was für eine Einstellung du hast. Und wenn du dort reingehst und sagst, ja, ich werde Tierprodukte essen, das spielt keine Rolle, dass sie dann vegan servieren. Keine unvegane... Du bist dann nicht vegan, wenn du schon die Einstellung Veganismus verworfen hast, also die moralische Einstellung. Und Tierprodukte essen kannst du natürlich laut Definition genauso wenig. Suppe gegessen, aber in dem Moment könnte man jetzt argumentieren, habe ich eigentlich meinen Veganismus zumindest temporär abgelegt. Das hat er gerade wirklich gesagt. Also, clippt euch das, ne, schneidet euch das aus und dann könnt ihr diesen Clip benutzen. Man kann Veganismus ablegen, ne, David Banana 2022. Temporär ablegen. Du kannst ihn einfach... Und da auch kannst du auch schon wieder die logische Ausweitung machen. Man kann ihn temporär ablegen. Für wie lange? Zum Beispiel ein Monat im Jahr kann man Veganismus ablegen. Ja, warte mal, du hast ja gar keine Zeit genannt, ne, wie irgendein Threshold zum Beispiel. Okay, vielleicht kann man auch dreimal im Jahr für einen Monat den Veganismus ablegen. Oder vielleicht kann man da auch direkt die Einstellung fahren, wie zum Beispiel ein Zuschauer schon mal geschrieben hat. Ich bin Veganer und esse aber einmal in der Woche Fleisch für mein B12. Also, und dann fragt man sich irgendwann, was ist dann überhaupt noch der Unterschied zwischen einem Omni und einem Veganer? Also, es ist wirklich abenteuerlich. Das war das Erste. Und in dem Zusammenhang hatte ich auch vor, im Februar mal einen Session mitzumachen im Kloster. Darüber werde ich... Das ist dann leider ausgefallen. Aber auch da habe ich mir vorher gesagt, du machst das, was alle anderen machen. Wie jemand so etwas sagen kann, heftig. Ich habe... Das Session ist leider ausgefallen. Das wird im Mai nachgeholt. Und ich habe dann auch erst im Nachhinein herausgefunden, man kann sich da in dem Kloster problemlos vegan ernähren. Das ist also eine buddhistische Gruppe, die das konsequent auch durchzieht oder so macht, dass man es durchziehen kann. Und dann werde ich das natürlich auch so machen. Das ist natürlich vollkommen klar. Da werde ich jetzt nicht hergehen und was anderes machen. Aber das war so... Genau. Da wirst du nicht hingehen und sagen, hey Leute, ihr esst hier Tierprodukte. Ich werde natürlich niemals hier die Tierprodukte essen. Ich werde mich nicht an der Tierqual beteiligen. Nein, natürlich nicht. Du wirst natürlich das machen, was sie von dir verlangen. Nun, ich werde da jetzt keine logische Ausweitung davon machen und das auf bestimmte andere Szenarien ausweiten, um dir die logische Inkonsistenz zu zeigen. Aber okay. Wir wissen alle Bescheid. Der erste Moment, wo meine Weste weiß geblieben ist und der zweite Moment war tatsächlich... Ja, deine Weste ist nicht weiß, die ist rot. Die ist ganz tief rot. Also mit jeder Aussage, die du hier getätigt hast. ...de Klassiker am... Also weiße Weste, der beruft sich jetzt... Das ist wirklich auch so eine räudige Aktion. Der beruft sich jetzt auf eine weiße Weste, weil es durch Zufall doch vegan war. Das nennt er weiße Weste, weil die Situation tatsächlich zu seinem Glück vegan war. Also das ist schon wirklich... Am 1. Mai, am 1. Januar, habe ich mal wieder meine Oma besucht... Ja, kommt der zweite Knaller. ...besucht, die ich das letzte Mal vor, keine Ahnung, ewigen Zeiten gesehen habe, die mittlerweile auch schon Mitte 80 ist und den Zweiten Weltkrieg miterlebt hat. Und meine Oma hat mir an dem Tag tatsächlich... Er versucht jetzt gerade so ein bisschen Gefühle mit reinzubauen, warum er... Also der rechtfertigt hier, also jeder, der sich ein bisschen Psychologie auskennt. Und das kennt David Bananasicht zum Beispiel, der merkt, jetzt baut er Sachen ein, um sein Nicht-Vegan-Sein ein bisschen runterzuspielen. Ein bisschen, dass man denkt, oh ja, okay, das ist ja gar nicht so schlimm. Dann benutzt man solche Psychotricks wie das hier. ...den Zweiten Weltkrieg miterlebt hat. Genau sowas. Und meine Oma hat mir an dem Tag tatsächlich... Hat die sich die Mühe gemacht und mir eine vegane Bolognese... Weil du musst ja mal fragen, warum er das erwähnt. Warum erwähnt er hier in dieser Story auf einmal den Zweiten Weltkrieg seiner Oma? Ein bisschen Psychologie und dann weiß man Bescheid. ...kocht, ja. War mega geil. Und fand ich auch mega stabil, dass meine Oma sich da die Mühe macht, mir was Veganes zu kochen. Und es gab Kuchen und auch bei diesem Kuchen habe ich nicht gefragt, was drin ist. Ja, also ist er kein Veganer, weil der hat nicht gefragt, was drin ist. Ich würde nach dem Geschmack zu urteilen, würde ich sagen, der Kuchen war safe, nicht vegan. Ja, und das war's. Der Kuchen war auch nicht vegan, also hat auch dort wahrscheinlich Tierprodukte gegessen. Was sagt er noch? Aber in dem Moment habe ich es einfach nicht übers Herz gebracht. Ach so, ja, der hat es nicht übers Herz gebracht. Aber du hast es übers Herz gebracht, deine Moral wegzuschmeißen. Du hast es übers Herz gebracht, dass Tiere dafür massakriert werden. Und, ja, David Banane, eine Frage, würdest du den Kuchen essen, wenn dort Menschen im Kuchen drin verarbeitet wären? Das ist eine logische Ausweitung. Wenn du sagst, nein, würde ich nicht, jawohl, dann bist du ja logisch inkonsequent. Also, dann hast du einen Widerspruch in deiner Moral. Du sollst vielleicht darüber nachdenken, was dort schiefläuft. Okay. Von daher, Leute, das war David Banane. Ich hoffe, jeder hat hier gesehen, was hier passiert ist. Also, David Banane hat tatsächlich rückblickend auf alles, was er gemacht hat, war es ein einziger großer Lip-Service. Sehr, sehr schade. Ich hoffe, ihn sieht niemand als Veganer, das ist wie jemand, der solche Sachen bringt, sich vegan nennt. Der absolute Knallhammer. Und falls ihn jemand natürlich als Veganer bezeichnet, dann ist das einfach nur ein weiterer Schritt wirklich der Degeneration des Wortes vegan. Ich habe mich schon, ich habe schon einen neuen Begriff definiert, und zwar Herbitaria. Ich werde ihn euch unten verlinken. Ich habe so gesagt, hier reicht es daran. Ich habe das Wort erfunden. Und da habe ich es nochmal ganz klar definiert, was wirklich ein echter Veganer ist. Das ist dann halt, dieses Video hier zeigt auch dann, weil er sich als Veganer bezeichnet, ist das hier der nächste Schritt der Degeneration des Wortes vegan. Wir haben dann verschiedene Formen des Veganismus. Wir haben dann den Pia-Kraft-Futter-Veganismus. Das heißt, du kannst Tierprodukte essen, die kein Tierleid verursacht haben. Da bitte ich auch jeden, der diese Position vertritt, einmal in einer Debatte anzutreten und versuchen, mal diese Position zu verteidigen. Und dann wirst du sehen, was das Enttailment davon ist und wo das hinführt. Und dann wirst du ganz schnell verstehen, warum es Menschen wie mich gibt, die sagen, dass du das nicht darfst. Und dann, also das ist der Pia-Kraft-Futter-Veganismus. Dann gibt es den Nico Rittenau-Veganismus. Man darf Soft-Aktivismus betreiben im Tier-Kontext, aber nicht im menschlichen Kontext. Name the Trade, das ist dieser Veganismus. Dann gibt es die Veganer mit Doppel-G. Das sind die Veganer, die Eier essen. Und dann gibt es den David-Banana-Veganismus. Das ist der Veganismus, den du auf Pause stellen kannst. Du kannst einfach sagen, du kannst einfach sagen, ja, heute gehe ich aus mit meinen Kumpels und wir machen heute, wir wollen heute ins Steakhouse gehen. Oder okay, der hat gesagt, nicht Fleisch, halt irgendeinen Milchshake trinken von McDonalds, eine schöne Kuhmilch und, keine Ahnung, ein Omelette dazu oder sowas. Das würde er halt mitmachen. Der würde einfach den Veganismus mal ablegen. Du kannst, wie er gesagt hat, eine Pause machen auf Zeit vom Veganismus. Und, ja, sowas gibt es, ne, das ist dann der David-Banana-Veganismus. Also, ne, diese ganzen veganen, diese ganzen anti-veganen, inkonsistenten Veganismus-Formen, die es gibt. Und das ist halt der, ich habe ein ganzes Video darüber gemacht, ich werde es euch hier unten verlinken, wie der Veganismus zerbricht. Wir hatten dasselbe Thema beim Vegetarismus, der mal 100 Prozent pflanzlich war und dann zersetzt wurde von Menschen, weil die Mudding the Waters betrieben haben und angefangen haben, das weich zu reden, das weich zu klopfen, das Thema. Langsam Tierprodukte integriert haben und dann hatten wir eine Tierprodukternährung. Genau dasselbe passiert mit dem Veganismus, wie man hier Paradebeispiel sehen kann. Ja, so, das ist dann die nächste Form. Also, sowas habe ich in meinem Leben auch noch nie gehört. Er hat hier jetzt was Neues erfunden. Also, David-Banana ist sehr erfinderisch. Der hat hier was ganz Neues erfunden. Und zwar hat er den David-Banana-Veganismus erfunden, bei dem man Veganismus einfach aussetzen kann, ne, nach Lust und Laune und nach unbestimmter Zeit. Also, da er nicht gesagt hat, was er für einen Threshold hat bei der Terminierung, kann man sagen, ja, du kannst auch jeden zweiten Tag den Veganismus auf Pause stellen. Ja, alles klar. Von daher, Leute, das war das. Und hier in den Kommentaren natürlich das Übliche, wie, ne, tut mir leid, dass ich das gegen die Veganer sagen muss. Aber genau wie bei Nico Rittnau auf seinen Soft-Aktivismus-Videos, ne, 99% Likes auf Pia Kraftfutters Video, wo sie sagt, die ist Tierprodukte, 99% Likes, werden alle gefeiert. Ne, du siehst keinen negativen Kommentar. Hier auch, ne, für die Aufrufszahlen mega viele Likes und kein einziger negativer Kommentar, ne. Hier wird dann auch, hier gehen dann Leute auch hin und sagen, dass die auch, wo ich denke, dass der sich als vegan bezeichnet, dass die auch schreiben, dass sie tierische Produkte essen. Na, es ist natürlich auch mit Herzchen drauf, dann alles ganz normal. Und, äh, von daher, ne, also schon wieder, ne, ich, äh, ein Veganer, der Veganismus aufgibt, ne, und der wird von den Veganern dafür gefeiert. Von daher, Leute, haben wir alle wieder was gelernt, ne, wer Interesse hat, äh, vor allem auf Debatten und, äh, auf Überprüfungen sein, dann kann ich nur jedem ans Herz legen, ja, dass deine, äh, Moralvorstellungen auf Konsistenz mal zu überprüfen. Und damit du die richtige Position einnimmst, vielleicht hast du noch irgendwelche Inkonsistenzen, ne, einfach mal überprüfen, einfach mal sich eine Debatte stellen. Wir haben aktuell jeden Tag Debatten, wir haben sehr, sehr gute Debattierer, wir haben richtige Profi-Debater hier auf dem Server. Und, äh, also hier auf dem Server findest du die richtige, das ist, ähm, die einzige mir bekannte Community, wo richtige, echte Veganer sind, ne. Es gibt hier, es wird hier nur Abolishment, äh, gepredigt natürlich, äh, weil die Menschen konsistent sind, die kennen NTT, die können, die wissen, womit sich, äh, der Bereich der Logik beschäftigt, ne, also Schlussfolgerungslehre, und die nageln da jeden an die Wand, ne, also, von daher hier bitte die echten Veganer einmal hinkommen und natürlich auch alle anderen willkommen, die, äh, testen möchten, wo sie ihre Inkonsistenzen haben, vielleicht echte Veganer werden wollen, wovon es jetzt sehr, sehr wenig gibt. Also, ich will gar nicht wissen, wie viele, dazu kann ich auch noch ein Video machen, es gibt eine Studie, die hat herausgefunden, wie viele Veganer Fleisch essen, ne, das sind 51 Prozent. Ne, wer hat es gedacht? Und von daher, ne, also, ich will gar nicht wissen, wie viele Menschen echt vegan sind, ne, ich, äh, will es lieber nicht wissen, weil ich glaube, das würde mich so hart treffen. Aber, ne, wir haben, das Wichtige, was wir hier gelernt haben, äh, die neue Art von Veganismus, die es gibt, ne, und weiter rottet der Begriff Veganismus leider, ganz genau wegen, äh, solchen Bewegungen, und, äh, ja, kann man nichts machen, sehr, sehr schade. Von daher, Leute, kommt gern auf meinen Server, wer darüber sprechen möchte, debattieren möchte, logische Konsistenz prüfen möchte, einmal auf den Server kommen, und ich hoffe, das Video hat euch gefallen, ich hoffe, jetzt wisst ihr alle Bescheid, und, ähm, und mehr möchte ich dazu auch nicht sagen. Wir sehen uns, wie immer, beim nächsten Video. Wir sehen uns, wie immer, beim nächsten Video.